Edwin erstellt dir dein persönlicher Geschmacksprofil. Dann zeigen wir dir all deine Traumwein. Wir garantieren dir, dass du deine Traumwein lieben wirst. Mit Herz, Haut und Haar. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du mir anrufen und wir reden zusammen darüber. Wenn du unser Quiz ausfüllst, können wir mit deinen Antworten und den Weinbewertungen den Weingeschmack herausfinden. Und ganz am Schluss stellen wir für dich dein persönlicher Geschmacksprofil. Wir haben jetzt dein Geschmacksprofil. Aber um deinen Weingeschmack noch besser zu kennen, kannst du ein Deguset von uns bestellen. Das bewerten du dann. Und die Weine, die sich dann herauskristallisieren, sind deine Traumwein. Die entsprechen deinem Gusto zu 100%. Und die Weine zeichnen wir auch mit einem Symbol, und das ist ein Pokal. Also wir sind uns jetzt ziemlich sicher, dass wir deine Traumwein kennen. Aber wenn wir deinen Gusto nicht getroffen haben, dann ersetzen wir dir die Flasche und wir zwei führen ein Gespräch und passen deinen Geschmacksprofil an. Erstens die Quiz ausfüllen. Zweitens Wein bestellen. Drittens Wein degustieren. Viertens Wein bewerten. Fünftens Traumwein bekommen. Und geniessen. Ah!